Hallo liebe Freunde der Tabletspfeife. Es ist mal wieder an der Zeit auch ein paar eigene Pfeifen vorzustellen, da staut sich schon wieder und einige von den Pfeifen, die ich auch erst unlängst vorgestellt habe, die verlassen mich schon wieder und es sind in den letzten Wochen einige Pfeifen hinzugekommen, also Ankäufe von Sammlungen, wo so interessante Stücke drin waren, dass ich also einfach vor der Schwierigkeit stand, was mache ich jetzt, mache ich sie zu Geld oder behalte ich sie und naja da hat es dann also den einen oder anderen Kompromiss gegeben und ich habe mich auch wie im letzten Video zu der eBay Auktion erzählt, auch von einigen liebgewonnen, wirklich liebgewonnen Stücken getrennt und kann nur hoffen, dass mir die neuen ebenso lieb werden dann und jetzt möchte ich in dem Sinn, weil es schon wieder doch so viele sind, wenn ich mich jetzt hier umschaue, vielleicht so eine Mischung machen, indem ich ein paar hervorhebe und den Rest dann nochmal oder alle dann nochmal Fotos am Ende zeige. Ja gut, dann fangen wir doch einfach mal an. Ich nehme mir als erstes mal zwei Petersons heraus, die hier, jetzt ein bisschen runterdrehen, das ist glaube ich eine XL 80, ne ist eine 80S und eine Band Bulldog und ist eine Petersons mit einem Eponique Cumberland Mundstück mit Army Stecker, was jetzt insgesamt mich einfach zu sehr gereizt hat. Das schöne, helle, hellbraune Holz, das Cumberland, die Form an sich, der war ich also lange am überlegen, aber vor allem dann der Army Stecker, was ich wirklich so saupraktisch finde. Gute Verarbeitung und sehr guter Zustand, also das hat mich nun bewogen, diese Pfeife hier einzubehalten. Dann hatte ich vor ein paar Monaten, sicherlich ist es schon her, mal eine Peterson 9S vorgestellt und das war eine 9S Deluxe, das ist schon ziemlich lang her sogar und die habe ich jetzt ausgetauscht, weil in einer der Sammlung hier eine Peterson Supreme drin war und ich habe dann nur mal so geschaut und habe irgendwie festgestellt, dass diese Supremes extrem selten sind, also auch selten überhaupt auf dem Markt auftauchen, sehr schönes Grain und scheint wohl mit zum Hochwertigsten zu gehören, was Peterson so auflegt und deswegen habe ich mich von meiner Peterson 9S Deluxe getrennt und die dafür eingehalten. Peterson Supreme 9S. Dann bin ich auf eine sehr, sehr schöne James Abscheu gestoßen. Ich hatte schon mal eine, aber da hat es mich nicht so erwischt. Die verbindet für mich so ein bisschen das Ohm Paul Shape, mit dem ich mir in der Regel schwer tue, vom Gefallen her, aber mit diesem hochgezogenen Holm-Ansatz da würde ich sagen, geht sie in Richtung Ohm Paul und sie ist sehr, sehr leicht. Und was mir immer ganz gut gefällt und hat eine, ist schön getigert und ja, ich glaube, das ist auch ein prima Hänger. Und was ich bei James Abscheu nicht so genau kapiere ist, da gibt es ja James Abscheu und da ist so ein P, weiß ich nicht, das ist irgendein Grading und dann, ähm, steht hier Tilset. Tilset ist glaube ich irgendwie der Ort oder so, wo James Abscheu irgendwann mal war. Aber das ist ja gleichzeitig auch eine Serienbezeichnung. Bin mir jetzt eben aber nicht ganz sicher, oder bin mir, also war mir das schon damals bei der ersten Abscheu nicht, die ich da hatte und dann aber verkauft habe, ob das Tilset jetzt eine Ortsbezeichnung ist in dem Fall oder ob das eine Serienbezeichnung ist, dieser Pfeife. Na gut, wie auch immer, also jetzt jedenfalls hat es mir James Abscheu bei mir mal hingehauen und bleibt sich hier. Dann habe ich, was ist denn das? Hier habe ich mir mal einen Autograph einbehalten von Savinelli und habe mich dafür von der 320 getrennt, die ich auch kürzlich vorgestellt habe. Das ist auch ein Savinelli Autograph mit Acrylmon Stück. Und, ähm, was ich ja doch eben sehr blöd finde, da war hier, äh, auch dieser Schriftzug von Achilles Savinelli aber auch mehr oder weniger aufgehaucht. Also, dass das wirklich beim leichten Polieren sofort verschwindet. Das ist ein bisschen traurig, also bei so einem, bei diesen hochwertigen Stücken könnten sie ja im Prinzip, ähm, ein bisschen schöner stempeln oder ein bisschen dauerhafter stempeln. Da ist irgendwie eine 6 drauf, was dann für, äh, noch innerhalb der Autographenreihen für ein Grading steht. Und da steht dann noch Italien drunter. Also, mein, mein, mein erster Savinelli Autograph, das musste auch irgendwann mal sein. Und, dann sind da jetzt ein Haufen, ähm, Dunhells dabei. Ich glaube, 6 Stück. Ähm, ja, gut, die zeige ich mir mal ganz kurz. Hier, die habe ich einbehalten. Das ist eine Dunhell Collector. Wobei ich, äh, sie eigentlich wirklich nur behalten habe, weil, also wegen der Seltenheit oder bei mir halt sowas noch nicht untergekommen ist, ist es halt mehr oder weniger ein Anschauungsobjekt. Ähm, ich finde auch nicht, dass Dunhell, wenn sie die klassischen Linien verlassen, dann noch sehr glücklich in der, im Shapen sind. Also, ähm, 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 also formal finde ich sie jetzt nicht wirklich aufregend oder diesen Höcker hier eben, den finde ich jetzt nicht wahnsinnig gelungen. Oder, dass es ein gutes Design wäre. Aber, ich nenne das mal ein Anschauungsobjekt. Und, die hier finde ich sehr schön. Eine Root Briar, klassisch. Das haut ja dann hier immer hin. Ähm, dann ist mir da eine Deadroot untergekommen. Ähm, mit zwei Sternen. Und, sowas hatte ich bisher auch noch nicht. Auch mehr oder weniger ein Anschauungsobjekt. Aber auch ein interessantes, ähm, Shape. Das nennt sich in dem Sinn Belsch. Bei der Belsch ist in dem Sinn der Kopf gerade angesetzt. Also, also, der geht dann nicht wie bei der Woodstock, ähm, so mal vorne geneigt weg. Sondern bei der Belsch ist der Kopf gerade. Ein seltenes Shape. Und natürlich ist auch die Maserung dann bei diesen Headroots sehr schön. Ähm, jetzt zeige ich sie doch mal schnell alle. Hier habe ich eine, ähm, Band Bulldog, Amber Root. Sehr massiv, sehr groß. Mit einer, ähm, 5er Kopfgröße. Und, äh, auch einem Cumberland Mundstück. Und, ähm, dann ist eine Apple Dunhill Russet, äh, kürzlich aufgetaucht. Die ich mir auch behalten wollte. Ein bisschen mit der Maßgabe, ähm, vielleicht mal von jeder Dunhill eine Sorte zu haben. Also, Shell Briar, Tenshell, Rear, Amber Root, Root Briar. Hier die Russet, die, glaube ich, in den 80er Jahren eingestellt wurde. Dann gab's, glaube ich, noch eine County oder sowas. Ähm, sowas habe ich bis jetzt noch gar nicht gehabt. Also, so ein bisschen mit der Maßgabe, mal von jedem Finish, das es bei Dunhill gibt, vielleicht eine, eben auch als Anschauungsobjekt, ähm, zu haben. Und dann ist mir noch untergekommen eine, äh, äh, sehr, sehr eigenwillige O.D. Und die habe ich jetzt mal, da bin ich mir wirklich noch nicht sicher. Gefallen tut sie mir nicht. Das ist wieder ähnlich wie bei der Collector, wo ich mir eigentlich sage, naja, wenn sie die klassischen Formen verlassen, verlässt sie auch ein bisschen das, ähm, Formgefühl. Die Inner Tube ist noch drin. Bei der Russet übrigens auch die Inner Tube drin. Ähm, das ist eine O.D. Na, 8, glaube ich, oder was das ist. Schauen wir mal. O.D. Äh, ich schau mal lieber so. Ja, es ist eine O.D. 8. Und, ähm, erinnert mich irgendwie an den Fußball. Mag sein, dass es jetzt an der Fußball-Weltmeisterschaft liegt. Aber kann man ja auch nicht so ganz bestreiten, dass sie so ein bisschen einen halben Fußballkopf hat. Also reich, facettiert. Ähm, relativ klein. O.D. 8. Genau. Und dann sind, ähm, hatte ich ja ein paar, ähm, eigentlich runde Zahlen zu feiern. Beispielsweise meine tausendste Pfeife. Das ist jetzt aber auch schon wieder Wochen her. Und meine tausend erste Pfeife, ähm, ist eine Pfeife von Paul Ilstedt gewesen. Die kann ich aber nicht zeigen. Weil diese Pfeife hatte ein abgebissenes oder abgebrochenes Mundstück. Und die habe ich jetzt vor gut drei Monaten, äh, an den Paul Ilstedt höchstpersönlich geschickt. Zum Aufarbeiten und Herrichten. Ein neues Mundstück anfertigen. Und der Gute, äh, lässt mich seitdem eigentlich sitzen und warten. Ich habe auch schon mehrfach ihm hinterher telefoniert. Aber er findet immer irgendwelche Ausreden. Und man sagt immer die Pfeife ist schon fast fertig. Ähm, ich hoffe ich sehe sie wieder. Ähm, aber insofern, ähm, ja, habe ich jetzt, wie sagt man hm 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 ähm. Habe ich jetzt, hm, sublimiert. Oder den Fruststau anderweitig beseitigt, in dem ich mir die letzten Highgrade, die mir untergekommen sind, allesamt einbehalten habe. Darunter auch eine Paul Isted. Und zwar wirklich ein tolles Stück. Das ist die hier. Das ist eben wirklich Massivholz. Ein richtig großes Teil. Vom Shaping her, so wie eigentlich alle, die ich zeige jetzt dann, bis auf eine, eher konservativ, also fast klassisch. Nichts großartig dänisch Freeform oder Freehand. Das ist also die Ilsted. Ich zeige dann nachher nochmal Fotos davon. Man sieht es ja dann eigentlich besser. Dann ist mir eine Bang untergekommen. Auch ein Riesenprügel. Und auch Verhalten klassisch. Also ganz wenig von dänischen Freiheiten, kann man sagen. Und dann ist mir hier eine Tau untergekommen. Die habe ich bei der Aufarbeitung. Das ist hier so ein appliziertes Cumberland. Das habe ich jetzt mal nicht groß poliert, weil der Tau da seinen Schriftzug draufsetzt. Kann man hier so ungefähr sehen. Den wollte ich nun wirklich nicht nach Möglichkeit wegpolieren. Der Schriftzug sitzt auch nochmal hier unten. Diese Pfeife ist mit A gradiert. Wobei ich bei Ilsted keine Ahnung habe, was das soll. Bei der Pfeife wundert mich aber zum Beispiel im Allgemeinen. Wenn man hier mal das Mundstück anschaut. Dieses Weiß sitzt im Mundstück drin. Aber es ist irgendwie ein verstörender Fleck. Ich habe am Anfang gedacht, das wäre irgendwie Malerfarbe und habe da rumpoliert und ist aber nicht weggegangen. Und was auch ganz interessant ist, dass diese Pfeife doch erkennbar einige Spots hat. Also deswegen bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, von wegen der Graduierung, was das A bedeutet. Das ist ein sehr niedriges. Also hier sehen wir mal einen Spot in dem Lichtkegel. Und da sind noch mindestens zwei weitere drauf. Aber die muss ich jetzt nicht unbedingt finden. Ich glaube da vorne war auch eine, nur ganz allgemein. Also das zeigt, dass diese Pfeifen, diese High Grades eben auch sowas durchaus haben können. Genau das ist die Tau. Und ich finde das, was unter den High Grades dann ein richtiges Highlight ist, ist diese Pfeife von W.O. Larsen. Die jetzt wirklich für mich eher unter den Begriff dänischer Freehand oder Freeform passt. Und die wieder mal beweist, was für unglaublich schöne Pfeifen bei Larsen entstanden sind in der Hochzeit. Das ist ein richtig schweres Ding. Also die ist nicht unbedingt gut geeignet, um den Mund zu halten. Ich habe bestimmt 80 Gramm oder sowas. Na, nochmal schauen. Ich schreibe es dann auch rein. Das habe ich jetzt nicht ganz aufgeschraubt korrekt. Deswegen ist da ein kleiner Lichtspalt zu sehen. Also eine richtig, richtig schöne Larsen Freehand. Für mich die schönste Pfeife unter den gezeigten High Grades gerade. Und wenn ich mir diese Shapung, dieses Design, diese Formen und Linien so anschaue, dann würde ich vermuten, dass diese Pfeife beispielsweise von Lasse Skowgard fabriziert worden sein könnte. Das würde typisch, ein bisschen dieser Kopfschwung hier oben, der würde typisch so zungenartig zu Lasse Skowgard passen. Und was hat die eigentlich? Ach ja. Na, die hat eine etwas verwirrende Bezifferung hinten drauf. Vielleicht weiß jemand was dazu. Hier ist einmal eine 4. Neolasen. Und dann ist hier drüben nochmal eine 9. Oder eine 6. Je nachdem, wie man es hält. Weiß ich jetzt eben nicht, was das bedeuten soll. Und also diese Pfeife ist jedenfalls für mich wieder mal ein Beweis. Ich habe noch ein paar schöne neue Larsens hier, die ich irgendwann mal in den Verkauf stellen möchte. Aber da ist eine schöner wie die andere. Und für mich irgendwo auch ein bisschen der Inbegriff klassischer oder klassischer dänischer Freehand. Ja, könnte man doch schon so sagen. Und eben auch, ja, eben auch ein Beleg für die Klasse am Pfeifen, die in diesem Geschäft violasen in Dänemark da hergestellt und verkauft wurden. Und zum Ruhm des Geschäfts beigetragen haben. Ja, und dann möchte ich nochmal schnell ein paar Kanabaschs vorführen. Und zwar, die hier hat mich kürzlich erreicht. Die steht momentan gerade bei Ebay zum Verkauf. Das ist also ein Riesending. Von unserem Mit-YouTuber Uwe Uwe. Ich sage jetzt meinen Nachnamen nicht. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, wie der Uwe das hält. Sehr wenig geraucht. Ich halte jetzt nochmal dagegen meine eigene. Es geht mir eigentlich dann um was anderes. Naja, die sind ziemlich gleich groß, beide. Die vom Uwe ist allerdings wirklich noch größer. Das muss man sagen. Was ich ein bisschen zeigen wollte, ist die Verfärbung des Kürbis. Die vom Uwe ist wirklich sehr wenig geraucht. Ich habe meine vielleicht 20, 25 Mal geraucht. Und man sieht schon, dass der Kürbis beim Miner schon eben ein bisschen dunkler geworden ist. Beim Uwe ist er wirklich noch sehr, sehr hell. Die Zweifelser sind fast neu wertig, kann man sagen. Und da sieht man, wie der Kürbis nachdunkelt. Jetzt möchte ich euch aber noch schnell zwei weitere Kanabaschs zeigen, die ich eigentlich auch einbehalten möchte. Denn es handelt sich dabei, diese Strambach Kalabasch haben ja so einen Meerschaum-Masserkopf und der ist wirklich sehr, sehr schwer. Also hier beim Uwe, da wiegt der Meerschaum-Masserkopf oben schon, glaube ich, alleine 70 Gramm. Aber er ist auch dementsprechend groß, also im Verhältnis auch zu dem riesen Kürbis unten dran. Und jetzt zeige ich hier mal schnell zwei, und die fallen sehr viel kleiner aus, zwei niedliche kleine Kalabasch von Strambach. Und da sieht man schon im Vergleich zu vorher, die sind also wirklich stark gebraucht gewesen vom Vorbesitzer oder halt ordentlich herangenommen worden. Und wenn ich jetzt da nochmal den Kürbis vom Uwe dagegen halte, dann kann man sehen, wie dann über die Jahre des Gebrauchs dieser Kürbis eine wunderschöne Färbung bekommt und nachdunkelt. Also das ist wirklich eine Freude. Es war also letztendlich weniger eine Freude, die Kalabasch zu reinigen. Ich habe das jetzt auch zum ersten Mal gemacht. Ich habe den Kopf mit Alkohol aufgefüllt und dann mit Zahnbürste und Pfeifenreinigern und so. Da war also sehr viel Kondensat drin. Das sieht man später auch in den Fotos, die ich noch reinhänge, ein bisschen die Vor- und Nachverschmutzung. Und ich habe sie aber sehr, sehr gut sauber bekommen. Und nur diese Stelle hier, die ist natürlich, da weiß ich nicht, da kommt man einfach nicht gut hin. Deswegen würde ich mal sagen, man kann eine Kalabasch bedingt, also auch als Estate sauber machen. Aber wer da also zu pingelig ist und vom Vorgänger gar nichts mehr drin haben möchte, das würde ich fast bei einer Kalabasch für unmöglich halten. Also die habe ich jetzt wirklich sehr schön gereinigt und traue mich jetzt auch, die zu rauchen. Also den Nerv habe ich jetzt dazu. Jetzt zeige ich nur noch mal im Vergleich, im Größenvergleich, die Riesen-Kalabasch von Strambach, von Hube und dagegen die kleine Bauer. Und die ist wirklich fast zierlich dagegen. Und also jetzt probiere ich es mal. Ich habe sie noch nicht geraucht und werde mal sehen, wie das dann ausfällt. Und diese Bauer-Kalabasch halte ich auch für relativ selten. Also ich habe noch nie eine gesehen bisher. Natürlich gibt es die, aber erkennbar, weil ohne Etui hier an der Stempelung in Silber dieses AB und da ist dann glaube ich 990er Silber hinten dran. Und dasselbe ist es auch bei dieser hier. Also auch dieses AB und eine 900er Silberstempelung. Ja, liebe Leute, dann sind wir jetzt mal durch. Dann habe ich wieder klar Schiff gemacht und den lebenden Pfeifenschrank wieder updated. Und jetzt hänge ich einfach nochmal Fotos hinten dran und kann man sich die eine oder andere Pfeife nochmal in die Hunde anschauen. Ich sage danke für eure Aufmerksamkeit und schöne Grüße. Bombertonius. 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 Bombertonius.